Oh nein! Warte, ich zeig mal die Rennstrecke. So sieht die aus. Ich würde ja gerne... Oh, der wird abgeschleppt. Hallo, Bub! Moin, Moin! Ja, Servus, grüß dich! Boah, hast du ja aufgemacht hier die Rennstrecke? Ja, genau, das bin ich. Ich fahre in der Werkstatt aus. Sie brauchen ja nicht so schreien, oder? Also, sie schreien ganz schön hier. Schau, die Kivara, die Kivara sind auch schon da. Das ist Wurzeln! Gibt's ein Problem? Scheiße, der ist gebrief in die Uhr. Widersetzen, einfach mal durchballert. Fahr einfach, fahr einfach, der ist schwer. Gibt's ein Problem, der Herr? Schau, wie ihr einander seid! Ey, der Polizist! Herr Polizist, bitte einmal aussteigen. Ja, ja, fahren wir mal rennen, komm mal. Der Polizist, fahren Sie rennen, komm. Einmal aussteigen, bitte. Ja, komm, fahr jetzt rennen, wir fahren jetzt rennen. Ja, komm, Bruder, komm. Jetzt mach kein 31er, komm, verrennen. Geht schon. Aufsteigen. Wenn Sie gewinnen, dann dürfen Sie ja mitnehmen, wenn er gewinnt, dann müssen Sie sie verpissen. Machen wir schon. Ja, ja, passt schon, komm, komm, stell ich hin, Bruder, komm. Andere Seite, komm, mach mal, mach mal renn, komm. Mach mal hartzeig, oder? Genau, ein hartzeig, geht schon. Das ist sehr geil. Okay, jemand muss runterzählen, come on. Zähl runter, komm, Bruder, komm. Drei, zwei, eins. Oh! Hä, warum ist mein Tank fast leer? Hä? Ich war doch grad tanken. Aussteigen. Ey, Bruder, was soll das? Bist du bescheuert? Oh, Ehre. Warum ist mein Tank fast leer? Ich hab doch grad getankt, what the fuck? Was ist das für ein Bug? Ach, schnell, eh. Weißt schon, weil, das ist, ich hab's gesehen, du hast getankt. Das ist unehre. Na gut, dann mach ich. Einmal extra. Na, äh, ich hab... Ja, ich hab... Ja, wie ein 65er Tank. Ich glaub, das weil du dringengesessen bist. Na? Weiß dich stecken mir so, man muss... Doch, doch, das ist ein Bug, glaub ich, wenn du dring sitzt. Deshalb, ich hab so lang getankt und es ist nicht voll geworden. Weil sonst updatet er das, glaub ich, nicht. Das ist ein Bug gewesen. Ich zeig euch die jetzt mal. Und da ist, liebe Leute, die Rennstrecke, wo man Drag Race fahren kann. Und die fahren, ich find die halt richtig geil, weil... Jetzt passt mal auf, Leute, hier vorne. Ihr könnt komplett durchfahren, ihr könnt durchrasen. Denn hier, wirst du komplett abgebremst. Aua. Und das ist das Geile, äh, du fährst nicht mehr raus. Das heißt, du kannst bis, bis ganz nach hinten komplett Gas geben. Bis, bis zum Anschlag kannst du Gas geben. Du musst nicht bremsen, du bremst von selber ab. Und dann kannst du ein richtig geiles Drag Race machen. Das ist unsere neue Drag Race Strecke. Und ich würd ja eigentlich gern mit den Jungs jetzt Drag Race fahren, aber geht grad schwer, weil ich gerade verfolgt werde von dem Kopf. Das ist gut, wenn es eine Adel anmeldet ist. Wie sehe ich aus, ey? Ahahahahaha. 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 Okay, warte mal, dann kann ich die Kette wegmachen. Das lass ich so. Ahahahahaha. 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 Guck dir die Flip Flops an. Guck dir die Flip Flops an. Ahahahahaha. Scheiß auf einmal, Junge. Ja, klar. Flip Flops hab ich an. Was hab ich? Ich hab was? Wir müssen jetzt an der Kammer sein. Das ist die Problematik. Ahahahahaha. Okay, das sieht so auffällig aus. Das sieht so auffällig aus und scheiße. Ja, was? Was soll ich hier ansehen? Hm, ich weiß nicht. Irgendwas Koralles. Warte mal. Neu. Gesundheit. Jetzt brauche ich nur eine Kappe oder sowas. Ja, ich brauche so einen richtig blöden Hut. So einen richtig blöden Hut setz ich jetzt drauf. Ahahahahaha. Ja, Mann. Ja. Guck, wie ich aussehe. Der fette Bauernchenkel kommt um die Ecke. Mit den Flip Flops. Oh mein Gott. Okay. Theoretisch sollten die mich so nicht erkennen. Nein. Alter, wollen die hier den ganzen Tag campen oder so? Ja, ich denk mir so. Boah, Alter, da ist was los. Wenn der jetzt da herkrallt und genau unser Auto abdienst. Was ist der Sound auf die Spende? Ahahahahahahaha. Ahahahahaha. Hey Bruder, was ist los? Was läuft? Was läuft? Was läuft? Was ist so lustig? Was ist so lustig? Was ist so lustig? Was ist so lustig? Warte mal kurz. Ich muss da weg. Was lachen die, alter Bruder. Was ist das Problem? Wieso konntest du mir nicht mit dem Traktor? Sag einmal. Wieso konntest du mir nicht mit dem Traktor? Ja Bruder, was ist das Problem, wenn ich BMW fahre? Was ist das Problem jetzt hier? Ahahahahaha. So, will wir renn fahren? Will wir renn fahren, ne? Ahahahahaha. Hat er ein Problem? Ein Problem, man sagt er. Ich hab auch mehr. Ahahahahaha. Ja Bruder, abu. Fahrt, wir renn mit mir. Come on. Ich hab eben ein WM5, Brudi. Hab gehört, dieses geile Tuning-Treff? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du bist hier. Oh mein Gott. Ah warte, das ist schon mal an der Pole Position. Warte mal, da fahr ich mal hin Bruder. Hat der Bock zu fahren? Hallo Brudi. So Dala. Aber warte mal, ich muss mich noch ein Ding. Ja ne warte mal, warte chill mal. Ich muss mich da mal hinstellen. Warte mal Brudi. So. So, ja. Ich bin bereit Brudi. Okay. Drei, zwei, eins. Äh. Äh. Das war grad fail. Das war grad übelst der fail. Äh. 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 Ja Bruder, du hast kaputt gefahren. Äh. Hast du mich grad Bauer genannt? Hast du? Nein, das war gar kein Beleidigung. Aha. Aha. Ja, okay. Ja, guter Bierbauch. Ja, guter Bierbauch. Ja, guter Bierbauch. Ja, ja. Haha. Du bist echt fett, Alter Bruder. Also da fahr ich los. Ja. Ja, ja. What the fuck? Ja, Bruder. Autofahren sei gelernt. Ja, 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 ja. Au. Na, da hat doch die Nossflasche gelacht würde ich mal sagen. Ja, 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 ja. Achso, der... Weil ein Bauer... Weil ein Bauer Nossflasch hat! Verwachsen hat meine Jungs... Ja, hast du ein Problem?! Ja, dann sag's mir ins Gesicht, wenn du ein Problem hast! Ach... Scheiße... Ist kein Problem! Oh! Hör auf jetzt, Alter, ich hab Bauchweh, komm! Ja, 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 ja! So, Ingo ist doch mal rennenfahnd, ich will auch... Officer, was ist denn da los?! Ma, das ist keine Beamten... Zurück angefangen! Ah, ja, ja... Ah, ja! Wir sind drauf! Der hat mich... Hey, komm mal, der hat mich vorhin Bauer genannt! Der hat mich vorhin Bauer genannt, der weiß nicht über was ich arbeite, weißt du. Der hat mich vorhin Bauer genannt, der weiß nicht über was ich arbeite, weißt du. Nicht wenn du mir nochmal so in der Hand hast, oder? Wir haben die Person, die sie... Aber schluss zählst du mal meinen Magnus an mir. Ja, leider erwischt, entwischt. Alter! Hör auf! Die Person vom Auto aus, die man leider nicht erwischt, der hat wieder angefangen, alter! Alter! Alter, Leute, wird andersrum überhaupt von mir.